Was haben eine launische Vampir-Dame und eine bezaubernde Modepuppe gemeinsam? Sie erwarten beide ein Baby. Schau dir auf Lalilu an, wie ihre Schwangerschaft ablaufen wird. Glammy liebt Mode und die Farbe Pink. Zeichne die Konturen auf einen Kartonbogen und fertige eine Schablone an. Schneide zwei gleiche Teile aus. Klebe sie mit Heißkleber zusammen. Verziere die Ränder mit einem pinken Sattelband. Dekoriere die Vorderseite des Kleides mit einem Flamingo-Bügelbild. Klebe Federn an den Saum des Kleides. Dekoriere die Saumkante mit Strasssteinen. Ich sehe umwerfend aus in diesem Kleid. Meine Hunde finden das auf. Wauzi, du wirst dich prima mit meinem Baby verstehen. Fertige einen Body aus einem Luftballon an. Wir brauchen einen leichten Mantel, der dazu passt. Wir stellen ihn aus Tüll mit Sternenmuster her. Ist der Mantel fertig, dann verziere die Ränder mit einem Rüschen-Gummiband. Binde einen Satin-Gürtel um die Taille. Wir haben einen mega stylischen Look entworfen. Glammy wollte die letzte Woche ihrer Schwangerschaft am Strand verbringen. Frische Luft, Palmen, ein Kokosnuss-Latte. Alles ist ganz wunderbar. Ich mache ein Selfie. Oh, scheinbar ist das Baby eine Energiebündel. Ich glaube, es geht los. Der Arzt hat Glammy ins Krankenhaus geschickt. Immer fester atmen. Ich lese diese Modezeitschrift, um mich zu entspannen. Wenn ich etwas über die neuesten Trends lese, denke ich an nichts anderes mehr. Glammys Mann Thomas hat eine Instagram-Story hochgeladen. Direkt aus der Entbindungsstation. Schatz, alles wird prima laufen. Unsere 500.000 Follower denken an dich. Das Paar hat ein blondes Mädchen namens Barbara bekommen. Auf Instagram trudeln ständig Glückwünsche ein. Ich bin ganz von den Socken. Fertige eine Windel aus Sartinband an. Binde ein Band um das Köpfchen und dekoriere es mit einer Rose. Füge einen Strasssteingürtel hinzu. Die kleine Barbara ist zuckersüß. Stellen wir nun ein Baby-Wickeltuch her. Wir brauchen ein Spitzenband und etwas Baumwollstoff. Klebe die Spitze so auf. Wickeln wir das Baby darin ein. Ziehe das Sartinband fest zu. So hat es Barbara warm und gemütlich. Vampy und ihr Mann Beißer sind Papiere. Was gibt es romantischeres, als im Finsteren den Vollmond zu betrachten? Und bald werden wir unser eigenes Kind der Nacht bekommen. Die beiden verwandeln sich plötzlich in Fledermäuse. Passe ein Stück schwarzen, dehnbaren Stoff an die Puppe an. Klebe Spitze auf die Schulterpartie. Dekoriere den Saum mit einem bauschigen Töllrock. Wir haben ein kleines Meerjungfrauenstil entworfen. Dekoriere den Ausschnitt mit einem blutroten Diamanten. Fertige aus einem roten Sartinband und einer schwarzen Halbperle ein Halsband an. Mache die Haut mit Kreidestift schön glass. An echten Vampiren gibt es noch eine Besonderheit. Schneide ein paar spitze Eckzähne aus Schaumband aus. Nimm Stoff in zwei verschiedenen Farben, rot und schwarz. Zeichne Kreise auf und schneide sie aus. Klebe sie mit Heißkleber zusammen. Lege Vampy den Umhang um und befestige den Rand des Umhangs. Schneide den Kragen aus rotem glitzerndem Schaumpapier aus. Klebe den Kragen an den Umhang. Füge Satinbänder hinzu. Entwerfe ein Kleid aus einem schwarzen Luftballon. Schneide das Ober- und Unterteil aus. Ein kurzes schwarzes Kleid steht Vampy richtig gut. Beißer und Vampy tanzen Walzer vor den Toren eines alten Friedhofs. Bald wird der Morgen grauen. Zeit nach Hause zu gehen. Unser bequemer Sarg wartet schon auf uns. Grässliche Träume, mein Schatz. Oh, das Baby will am Tag geboren werden. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir müssen ins Krankenhaus gehen. Zwei Fledermäuse sind in den Kreißsaal geflogen. Das ist so unhygienisch. Aber dann verwandelte sich die eine Fledermaus in Vampy. Manchmal habe ich richtig abgefahrene Patienten. Mach das Fenster zu, bloß kein Sonnenlicht. Puh, ich bin fast verbrannt. Alles ist prima verlaufen und die kleine Beißi wurde geboren. Ihre Beißerchen sind genau wie die ihrer Mutter. Was für ein hübsches, blasses Baby. Wickele eine Windel aus rotem Samtband. Dekoriere sie mit schwarzen Halbperlen. Zeichne kleine Zähne. Oh, deine ersten Reißenzähne, so süß. Basta einen Schleier aus einem Band und Tüll. Er wird Beißis Gesicht vor dem hellen Tageslicht schützen. Beißi sieht mit diesem Schleier wie eine kleine Königin der Nacht aus. Vampy schläft tagsüber mit dem Kopf nach unten. Sie braucht kein Krankenhausbett. Während Mama schläft, hat Beißi die ganze Station aufgeweckt. Die Ärztin versuchte, das Baby in den Schlaf zu wiegen, aber das klappte nicht. Was? Wer schreibt denn da so? Frau Doktor, was fehlt Ihnen? Oh, was hast du angestellt? Tut mir leid, aber Beißi hat Hunger bekommen. Fülle rot gefärbtes Wasser in eine kleine Flasche ein. Verschließe den Flaschenhals mit Heißkleber und forme ihn zu einem Nuckel. Betone den Rand des Nuckels mit schwarzer Acrylfarbe und male Markierungen auf die Flasche. Ich muss mich um meine Gesundheit kümmern. Ein Fläschchen habe ich immer dabei. Willkommen daheim, mein Mädchen. Du wirst geliebt und behütet. Und bist auch schon berühmt. Unglaublich, du hast auf deinem Profil schon 300.000 Follower. Schneide ein Stück von einem transparenten Strohhelm ab. Trage Heißkleber auf eine Glasfläche auf und befestige ein Stück an jedem Strohhelmende. Nimm ein Stück Modelliermasse und drücke gleichmäßig Rillen ein. Füge einen Nuckel aus Heißkleber hinzu. Beklebe die Flasche mit doppelseitigem Klebeband. Befestige Strasssteine auf der Oberseite. Die Flasche glitzert, als wäre sie mit Edelsteinen besetzt. Stellen wir eine Krabbelmatte her. Umrande den Deckel eines Haarkurbehälters auf einem Stück Schaumpapier. Schneide den Kreis aus und klebe ihn in den Deckel hinein. Die glitzernde Seite muss außen sein. Beklebe den Rand mit einem passenden Band und süßem Design. Befestige ein Stück Pfeifenreiniger auf der Innenseite. Wir brauchen eine kleine Gummischnur. Stecke einen Draht in das Loch und biege die Kordel zu einem Bogen. Hänge Metallanhänger und pinke Sterne daran. Baby Barber wird hier so gerne spielen. Lege eine runde Schablone auf schwarzen Stoff und schneide den Kreis entlang der Linie aus. Klebe den schwarzen Kreis mit Heißkleber auf roten Stoff auf. Schneide ihn aus. Schneiden wir einmal bis zur Mitte hinein. Falte den Halbkreis so und befestige ihn mit Klebe. Verbinde die Kapuze mit dem Umhang. Füge zwei Bänder hinzu. Weißy ist bereit, alle Babys mit ihrem Umhang zu erschrecken. Jetzt wird es Zeit für die Entlassung. Machen wir ein Foto, um diesen Tag in Erinnerung zu behalten. Endlich ist die ganze Familie da. Male den oberen Teil, den Sitz und die Räder mit schwarzer Acrylfarbe an. Male die Verbindungsteile rot an. Verziere die Räder mit roten Herzen. Klebe eine Krone aus Nieten auf das Verdeck. Klebe ein Tüllnetz drauf, binde es zu einem Pferdeschwanz und wickele ein rotes Band drum. Verziere den Rand des Verdecks mit dem gleichen Band. Wickele roten Pfeifenreiniger um den Griff. Füge eine Fledermaus hinzu. Verziere einen glamourösen Kinderwagen. Klebe Herzperlen auf die Räder. Klebe ein süßes Rüschenband auf den Rand des Verdecks. Entwerfe einen Baldachin aus Tüll. Binde an beiden Seiten Bänder fest. Dekoriere den Kinderwagen mit einer Schleife. Wir haben einen Kinderwagen für eine richtige Prinzessin entworfen. Klebe einen Sticker mit Barbies Namen auf ein festes Kartonstück und befestige es am Kinderwagen. Der Kinderwagen ist fertig. Heute gehen wir spazieren, um die schönsten Fotomotive zu finden. Und wir werden dir etwas Leckeres kaufen. Glammy hat jetzt eine wundervolle Tochter. Glammy und Bambi haben sich beim Spaziergang getroffen. Also sie haben so einen ausgefallenen Retro-Look an. Danke. Und sie fühlen sich bestimmt wohler als ich, weil sie sich nicht ganz in Schwarz kleiden. Ah, was stimmt mit meinem Kleid nicht? Scheinbar habe ich mich selbst verhext. Weiß sie, mein Baby, komm her. Oh, ich habe fast vergessen, mein Outfit wieder zu wechseln. Der macht der Nacht, sei es gedankt. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonniere Lalilu und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr von uns verpasst. Dann könnt ihr einen Daumen nach oben Vielen Dank.